Out. Safe. Sprachnachrichten, Leute. Über den Kommunikationsdienstleister WhatsApp werden bei uns in Deutschland alleine an einem Tag über sieben Milliarden Nachrichten des Grauens verschickt. Weltweit sogar 100 Milliarden. Wo bleibt die gute alte Zeit, wo man einfach eine Textnachricht geschrieben hat und auf den Punkt kommt? Oder noch viel krasser jemanden anrufen. Hallo? Bist du's? Crazy. Und so einfach. Danke.